Die Logik-Bombe? Sensen das! Komm schon! Nicht schon wieder! Küss unser tausendfaches Hirn. Okay. Ich hab jetzt die Möglichkeit. Der gesichtslose Tod. Ach komm! Ich bin dir doch ausgerichtet. Seh dich! Vielleicht ist wieder alles bereit. Ich will die alle erwischen! Die Logik-Bombe! Die Logik-Bombe! Oh! So! Schuss! Bulli-Vination! Ich hab da X gedrückt! Mann! Scheiße! Na egal! Lief ja schon mal gar nicht so bad! Würd ich sagen. Wuhu! Aua. Jetzt muss ich nur wieder meinen anderen. Freischalten. Ja, ich möchte das schon gerne. Oh je. Was für eine Hydra. Ungennanter Tod. Oh oh. Ist jetzt gleich bereit. Machen wir uns das ganze. Logi. Oh come soon. Oh. Ich weiß, den Nuke! Ich weiß, den Nuke! Ich weiß! Lillen, Johnny befall die Zerstörung der Laboratorien. Alles wird in die Luft fliegen. Du musst raus hier. Lauf! Lillen! Nein! Wo muss ich jetzt lang? Ähm. Ich glaube, ich bin falsch, Mama. Sag! Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Und was ist mit Bad Request? Oh, wei ab. Geisteswerk. Wuhu. 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 Ich will diese falsche Utopie zerplatzen lassen, sie zerfetzen! Ich muss den Konzeptionswürfel finden, im Herzen von Charles Cartier Wells' Mnemopolis. Dort wird der Sensen-Fluch gehütet. Sicher und warm im kobaltblauen Schein von Memorize's zentralen Servern. Nichts wird mich davon abhalten. Weder die mörderischen Maschinen, noch die brabbelnden Lieber, oder der Vater, von dem ich nichts mehr weiß. Ich will sie verrufen! Was ist denn? Episode 7 Das verlorene Paradies Das war's. Das war's. Wow, was für eine Rekrutin. Du hättest sie früher anheuern sollen. Okay, Konzentration. Finde den Zugang zum Hauptsicherheitsposten von Nemopolis. Willkommen zurück zu Remember Me. Ja, lang ist es jetzt das letzte Mal aufgenommen habe. Wer könnte es mir verübeln? Oh Gott, ich muss Rekon... Rekonfigurieren! Nein! Rekon... Nein! Rekonstituieren! Verdammt! Nein! Ich wusste es! Ich wusste es! Denke ich... Was war's? Da! Da! Die Frau! Ich kenn sie! Sehr gefährlich! Hab sie schon mal gesehen! Nein! Sie war... Schnappt sie! Schnappt sie jetzt! Da! Schnappt sie! Haltet sie auf! Schnappt sie! Los! Schnappt sie jetzt! Ähm... Nein? Ich muss zuerst diesen Fliegenden ausschalten. Und das dauert ja keine zwei Sekunden, da bin ich schon im Kampf seit der Aufnahme. Hey, ey, ey, ey! Nicht schon diesen Ton, Schätzchen! Das war deine letzte Karte! Los, hier, hier und weg! Das Problem ist jetzt... Dass da... Leute sind, die... Schnappt sie! Schnappt sie! Schnappt sie! Geht um sie runter! Ja... Ich hab da nur einen... Einen Balken. Das ist gerade so ein bisschen problematisch, wenn... Ich könnte zwar eine Logikbombe an dir dran heften, aber... Wir brauchen viel Leben! Das ist alles! Ja! Ja... Jetzt hab ich das Problem... Kann ich... Moment mal... Kann ich mich... Richter punkten? Aber... Nein, da krieg ich keine Punkte für. Wie mach ich das jetzt? Wie mach ich das jetzt? Ich weiß es gerade, ehrlich gesagt... Ausgetrickt, kleine Lady. Rate mal, wenn das gleich wehtun. Ich schätze mal Mia. Wir brauchen den... Geleicht euch für die Augen. Ich hab gerade keine Ahnung, wie ich das machen soll, liebe Freunde. So... Nehmen wir gerade mal die Tarnung. Ups... Man sollte natürlich auch draufkriegen. So... Jetzt hätten wir das. Jetzt haben wir zwei Typen, die mehr an die Gurgel wollen. Machen wir sie fertig, los! Ähm... Wie mache ich das jetzt? Ohne Spaß. Ich habe keine Ahnung. Lockiere ihren Weg! Ähm... Sturz... Sturzgefahr. Komm her. Warte mal. Komm mal her. Halt dich auf! Nee, so geht das nicht. Wieso geht der nicht zurück? Das hat was mit dieser Sturzgefahr zu tun. Ich habe aber keinen... Ups. Jetzt muss das funktionieren. Nee, das funktioniert hinten und vorne nicht. Ähm... Was mache ich jetzt? Raserei kann ich vergessen. Heilen kann ich vergessen. Sobald ich einmal auf die schieße, bin ich tot. Was ist das? Die Logikbombe. Nee, die hilft mir hier nicht. Sensen DOS. Oh, nee. Rost... Roste in Frieden hätte ich... Hätte ich vielleicht machen können. Roste in Frieden. Roste in Frieden. Ich habe echt gar keine Ahnung. Hätte ich das gewusst, dass das direkt dieser Anfang so kacke wird, willst du? Dann hätte ich mir das direkt... Direkt für den Anfang hätte ich mir das gewusst. Aber jetzt bin ich ja schon wieder fast tot. Ich hätte den nicht überladen dürfen. Vielleicht war das auch ein Fehler. Fehler in meiner Denke. Oh, Mann. Aber runterstoßen konnte man den auch nicht. Ähm. Komm, mach's. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Mit dir. Leul, ich sterbe nicht.